Hallo Allerseits Der Kleppe Alt-Mecklenburg wurde 1856 in Stralsund, Deutschland, gebaut. Er war einer der letzten Kleppers, die in Deutschland gebaut wurden, und einer der schnellsten. Konstruktion, Bau- und Stapelauf Der Kleppe Alt-Mecklenburg wurde 1856 auf der Werft August Bolten in Stralsund, Deutschland, gebaut. Das Schiff wurde von Kapitän Ernst Cox entworfen, der einer der führenden Kleppe-Konstrukteure seiner Zeit war. Der Alt-Mecklenburg wurde aus Eichenholz gebaut und hatte einen Rumpf mit einer Länge von 80 Metern, einer Breite von 10 Metern und einem Tiefgang von 7 Metern. Das Schiff war mit vier Masten mit einer Segelfläche von 3000 Quadratmetern ausgestattet. Der Bau des Alt-Mecklenburg dauerte etwa zwei Jahre. Das Schiff wurde am 20. August 1856 auf Kiew gelegt. An der Zeremonie nahmen tausende Menschen teil, darunter der preußische Finanzminister Friedrich von Bülow. Der Alt-Mecklenburg war einer der modernsten Klippers seiner Zeit. Er war mit den neuesten Technologien ausgestattet, darunter Segel aus dünnem Leinen und Stahldrüssen. Das Schiff war auch mit fortschrittlichen Navigationsinstrumenten ausgestattet, die es ihm ermöglichten, lange Strecken sicher und effizient zurückzulegen. Die erste Reise des Klipper Alt-Mecklenburg 1856 begann am 15. November 1856 im Hafen von Shanghai, China. Das Schiff war mit der und anderen Waren beladen, und seine Besatzung bestand aus 60 Mann. Der Alt-Mecklenburg lief unter dem Kommando von Kapitän Ernst Cox in See. Das Schiff fuhr in Richtung des Westwinds und erreichte eine Geschwindigkeit von 16 Knoten. Der Alt-Mecklenburg traf am 26. Januar 1857 in London ein, nachdem er eine Strecke von 16.000 Meilen in 81 Tagen zurückgelegt hatte. Dies war zehn Tage schneller als der vorherige Geschwindigkeitsrekord, der 1845 von Klipper Great Britain aufgestellt worden war. Die erste Reise des Klipper Alt-Mecklenburg war in jeder Hinsicht erfolgreich. Das Schiff stellte einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf, und seine Ladung wurde in London in gutem Zustand angeliefert. Die erste Reise des Klipper Alt-Mecklenburg war ein wichtiges Ereignis in der Geschichte der Seefahrt. Sie zeigte, dass Klippers Waren über große Entfernungen mit hoher Geschwindigkeit transportieren können. Dies machte Klippers zu einem beliebten Transportmittel für Waren aus China nach Europa. Nach seiner ersten Reise 1856 machte der Klipper Alt-Mecklenburg noch mehrere Fahrten nach China, bevor er 1862 verkauft wurde. In den folgenden Jahren wurde der Schiff für verschiedene Zwecke eingesetzt, darunter den Transport von Fracht, Passagieren und sogar Kriegsgefangenen. 1864 wurde der Alt-Mecklenburg von der britischen Marine gekarpet und als Kriegsschiff im amerikanischen Bürgerkrieg eingesetzt. Das Schiff nahm an mehreren Schlachten teil. Schlacht von Fort Fischer Eines der bekanntesten Schlachten, an denen der Klipper Alt-Mecklenburg teilnahm, war die Schlacht von Fort Fischer. Dies war eine Seeschlacht, die am 15. Januar 1865 vor der Küste von North Carolina stattfand. An der Schlacht nahmen Schiffe der Konföderation und der Union teil, und sie endete mit dem Sieg der Union. Der Klipper Alt-Mecklenburg nahm an der Schlacht als Teil der Konföderationsflotte teil. Das Schiff war mit 16 Zoll Kanonen ausgestattet und nahm am Beschuss von Fort Fischer teil. Im Verlauf der Schlacht wurde der Alt-Mecklenburg leicht beschädigt, konnte aber ein Sinken verhindern. Andere Schlachten Neben der Schlacht von Fort Fischer nahm der Klipper Alt-Mecklenburg auch an folgenden Schlachten teil. Schlacht von Fort Laker, 1864 Schlacht von Charleston, 1864 Schlacht von New Orleans, 1865 Im Verlauf dieser Schlachten wurde der Alt-Mecklenburg zur Beförderung von Truppen, Munition und anderen Fuhrräten eingesetzt. Das Schiff nahm auch am Beschuss von Küstenbefestigungen der Union teil. Der Klipper Alt-Mecklenburg war ein effektives Kriegsschiff. Er war schnell und wendig, und seine Kanonen waren stark genug, um erheblichen Schaden an Schiffen der Union zuzufügen. Der Alt-Mecklenburg war eines der wenigen Klipper, die im amerikanischen Bürgerkrieg als Kriegsschiffe eingesetzt wurden. Nach dem Ende des Krieges wurde der Alt-Mecklenburg nach Deutschland zurückgebracht und bis 1882 für den Güterverkehr eingesetzt. Anschließend wurde er verschrottet und zerlegt. Der Klipper Alt-Mecklenburg war einer der erfolgreichsten Klipper seiner Zeit. Er stellte mehrere Geschwindigkeitsrekorde auf und hatte einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des Welthandels. Der Klipper Alt-Mecklenburg Danke fürs Zuschauen. Der Klipper Alt-Mecklenburg Der Klipper Alt-Mecklenburg Der Klipper Alt-Mecklenburg Der Klipper Alt-Mecklenburg Untertitelung des ZDF, 2020